Nach so einer langen Reise bin ich endlich da. Ich freu mich schon, wenn ich wieder zu Hause bin. Oh, ist das kalt. Ich werde es so schnell machen, wie ich kann. Zu schade, dass ich nicht an meine Winterjacke gedacht habe. Fast geschafft. Jetzt schnell noch. Ich will mich nicht erkälten. Jetzt nur noch den Jeep festmachen und dann bin ich fertig eigentlich. Oh, jetzt aber schnell. Ich will weg hier. Tschüss, kalter Norden. Ich werde so schnell nicht nochmal hierher kommen. Während die Polizei in weitem, weitem Norden ist, passierte dies in Jack City. Aber seht selbst. Die normale Arbeit auf der Baustelle geht weiter und so fuhren Caterpillar, Bobcat und andere Maschinen fröhlich baggernd durch die Landschaft. Ich werde so schnell auf der Baustelle geht weiter und so fuhren. Aber was passierte mit Johnny, nachdem er in den DHL-Truck geschlüpft ist? Hallo? Ey, sag mal, sieh hinten die Klappe auf. Ich werd streng wie eine Filone. Ey, wenn sie räume, wenn sie verdächtigt. Nee, sie sind ganz normal. Ja, und jetzt los, geh schon zum Logistik. Da. Öffnen. Öffnen. Traktüre. Hey, wie sieht's denn da drinnen aus? Überhaupt nicht gut. Hm, hier ist irgendwas falsch. Sehr gut. Jetzt nur noch das Loch stopfen und dann bin ich auch schon fertig für heute. Hm, aber wie mach ich's am besten? Ah ja, ich rufe jemanden. Stopp. Dass sie den Betonmischer geliefert haben? Ja, hätte ich doch gerne gemacht. Und schlafen sie nicht ein. Ich kenn sie ja auch. Wollen sie doch nicht machen, wie auch ein Puls ist. Hier ist das gute Stück. Oh, danke, Mann, Amigo. Oh, wie macht man das denn? Oh, das ist dieser Eimer aber. Oh Gott. Wer? Uh. Puh. Oh Mann, viel zu viel. Warum bin ich denn so dumm und mach so viel sein? Oh nein. Oh nein, jetzt auch schon alles daneben. Oh Mann, oh Mann. Oh nein. Schon wieder was umgefallen. Oh, ich mach die Zelle zu und jetzt leg ich nochmal mein Waffenwurst ab. Oh, jetzt bin ich aber müde. Ich geh mal schlafen. Oh, ha, hohe... Wo bin ich? Mo. Neue Heimat. Warum stehen da denn THB-Fahrzeuge? Was kriegt mir alles davon? WAS? Wo bin ich? Was geschehen? Ey, wo bin ich? Au, bin ich in der gleichen Heimat wie vorher? Nein, oh nein! Ich reiß die Plakate ab. Mann, doof. Ich reiß dich ab. Mann, und jetzt reiß ich dich. Reuberwasser, Bruder. Eck, Eck, die kann ich sein. Ja, das ist düftig. Wollen wir ihn ja schon wieder zugemacht. Au, uah, 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 zack, zack. Hä, wo den ganzen Polizisten denn hin? Oh, das ist eine Pistole, die nehm ich mir mit. Simon ist wirklich ein fauler Polizist. Immer nur am Schlafen. Oh, 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 das ist... Das ist schaffe. Haha, das ist meine Rache. Für all die Jahre, die ich in dieser Zelle verbringen musste. Da drüben ist mein altes Versteck. Das werde ich mir schnappen. Haha. Niemand wird mich hier finden. Hm. Jetzt bin ich sicher. Und warte jetzt nur noch auf die Nacht. Hm. Simon konnte ich irgendwie nicht finden. Naja. Fünf, sechs, sieben... Hm. Wo ist denn Acht? Mal gucken. Vielleicht hat er ja was vergessen. Eine Box fehlt doch. Oder nicht? Jetzt fahr los und such, wo die Box ist. Okay, Boss. Oh, 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 oh ... Okay, Boss. Oh, 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 oh. Oh, 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 whereas... Sono bene. Ja, sehr gut, dass das niemand geklaut hat. Oh, 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 oh. Da ist ne Menge Geld drin. Da hatte ich aber Glück. Gut, dass ich das Paket gefunden habe. Jetzt wird mein Boss wieder zufrieden sein, hoffe ich doch. Mal sehen, ob er auch alles drin hat. Da bin ich ja mal gespannt. Das Sägewerk bekommt ein neues Dach. Viele Träne arbeiten gleichzeitig an der Baustelle. Puh, ich kann es gar nicht erwarten nach Hause zu gehen. Da wartet ein großes Mal von meiner Frau auf mich. Ja, ich auch. Hab so'n Hunger. Juhu, fast fertig. Okay Jungs, Feierabend für heute. Ihr könnt nach Hause gehen. Es ist nackt in Jack City, aber auch nachts wird gearbeitet in der Baustelle. Da seht ihr ihn, wie Tom schon bei seiner Arbeit ist. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, das war doch viel zu schnell. Den musste ich mir schnappen. Oh oh, das wird teuer werden. Der baggert so spät im Baggerloch, das ist der Bagger, der baggert noch. Ich kann es gar nicht abwarten, nach Hause zu gehen, endlich. Und zu schlafen. Halt, Stopp! Der Abschleppwagen bleibt sofort stehen. Hallo, Herr Officer. Habe ich denn etwas falsch gemacht? Oder wieso halten Sie mich an? Sie sind viel zu schnell gefahren. Viel zu schnell. Oh, Entschuldigung, das wusste ich gar nicht. Ich würde gerne mal Ihre Papiere sehen, damit das alles hier mit rechten Dingen zugeht. Namen, Führerscheinkontrolle. Hier sind mein Führerschein und meine restlichen Papiere. Damit ist alles in Ordnung. Schon klar, aber es kostet trotzdem ein bisschen was. Oh Mann, jetzt muss ich ein bisschen Geld geben. Hier bitte das Geld. Oh Mann, hier das Geld. Dankeschön. Aber das nächste Mal rasen Sie dann einfach nicht so dolle. Mist. Alles, was ich heute bei dem langen Tag verdient habe, ist weg. Wie soll ich mit meiner Arbeit verdienen, weil ich keinen Geld kriege? Danke. Bis später. Morgen treffen wir uns bei der Polizeistation. Klar. Tschüss. Tschüss. Ja, spät in der Nacht kommt der Fahrer zurück. In der Zwischenzeit wird aus normaler Nacht ganz tiefe, dunkle, schwarze Nacht. Und Johnny treibt sein Unwesen. Sehr gut. Jetzt bin ich dran. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen was sabotieren. Halte mal erst ein bisschen um bei der Tankstelle. Oh, ich kann mir ja nur was im Laden drauf, womit ich irgendwas da oben anstellen kann. Das ist doch ganz gut. Zu viele Moskitos hier in der Luft. Das Spray brauchte ich. Ah. Naja. Immerhin was gegen die Moskitos gefunden. Oh, ich hasse sie. Die sind schwachsabotierig. Aha. Komm, ach ja. Ach, du Tür. Ja, jetzt hab ich's. Ja, hier ist es gut. Da hinten bohr ich und baue die Bremsen aus. Haha. Haha. Ich werde die Hydraulik am Bremspedal bearbeiten. Sodass die Bremse ausfällt, wenn man aufs Gaspedal tritt. Das war ja einfach. Jetzt schnell weg von hier, bevor es noch jemand merkt. Haha. Das war ja ein Riesenspaß. Oh, doch nicht irgendwas. Jetzt nur noch ins Versteck klettern, warten, bis der Tag einbricht. Und wenn der Truck dann den Berg runterkommt. Peng! Jetzt muss ich nur noch auf meinen Aufzug warten. Au, au. Puh, das hat ganz schön weh getan. Ei, ei, ei. Jetzt aber schnell ins Versteck. Wir sind jetzt schon. Untertitelung des ZDF, 2020